So hallo meine lieben Freunde und herzlich willkommen zurück auf meinem wunderschönen Kanal. Ich bin euer Daudi Nato und ich hoffe ich super herzlich begrüßen zu einer weiteren Folge The Outer Worlds, hier auf meinem wunderschönen Kanal und hier auf der Groundbreaker. So, wir machen jetzt noch eine kleine Quest hier und zwar betrinken wir uns mit, äh, betrinken wir uns mit der Crew? Uns fehlt noch Geld. Wir brauchen noch Geld. Irgendwie muss ich Geld beschaffen. So, wie funktioniert das? Wir besaufen uns. Okay, so, oh, and don't worry on the price. I got this. Let's just do it proper. Okay. Oh, beer. I guess, yeah, I can do that. Beer can be good. I bet. Bottoms up. Beer, huh? Good choice, if you want to get unsober in a hurry. Ah, this tastes like the underside of a boot. People drink that for fun? Oh, Captain. Oh, Captain. I'm pining for Junlei, something fierce. What am I doing? Uh. Yeah. I guess we are that, huh? Friends. Friends? Friends give each other counsel, right? What do you think I should do about Junlei? Because I feel about as aimless as an auto mech with a busted nav chip. You want to know what I think? I think you should write what you want to say down on your hand. Always work for me. Haha. Einmal warum dich die nachher so durcheinander gebracht hat. Well, she talked about another girl, right? Isabel. Mentioned her by name and everything. Like, she wanted me to know. Maybe I've been making a right fool of myself this whole time. Maybe she's not interested after all. It was real long and rambly. She was telling me a story about her dad. How a lady named Isabel did all sorts of things to try to win his favor. This Isabel lady never quite managed to get her dad's approval, but they carried on anyways. Made something good out of a bad situation. Well, she's really understanding, she's a lesbian, right? Do you think Junlei still has feelings for her? I've just got a lot of feelings, Captain. And they're all climbing up my throat. I need another drink. Right now. Before I lose my nerve. Whisky. Law, no. That beer tasted like how dad's old socks smelled. Maybe something sweet and mild, like wine. Versuchen wir's mit Whisky. Okay, Whisky. Woo, that smells like an unlawful union between paint thinner and propellant. Here we go. Oh. Law, I'm gonna be sick. That, that's a crime is what that is. Captain, I want to talk to Junlei all the time. Even about silly things, but... I'm so scared. Oh, du musst deine Angst durchwinden. Figuring feelings ain't so easy as saying words, Captain. Someone so brave as you, well... You can't understand. Does she think I'm as pretty as I think she's handsome? What if she's unlike me? What if she does? What if she's still got feelings for that lady, Isabel? What if we... We get together and... She gets bored of me. Ich hör's dich voll in die Hose. Ein paar Zweifel schaffst du noch. Don't you tease me in my moment of weakness. You know I'm not interested in physical affection. That's... Well, it's tripped folks up in the past. Folks I thought cared about me for me. What if she's not okay with that? What if she is, but then later, she's not? Of course. Wouldn't you be? Die Angst haben wir alle, egal welchen Eingarten wir auch haben. Huh. I've never thought of it that way. I wonder what June's afraid of being rejected for. She seems perfect to me. Maybe those are just my roses color goggles talking. Voll toll, solche Freunde, mit denen man sich über alles unterhalten kann, ne? Sometimes I feel real mean inside, Captain. I think... Ungeneröse thoughts. Da ist ja dann etwas, an dem du arbeiten kannst. Yeah. I like the way you put that, like... It's okay to want to be better for her. And not impossible to try. Well, Captain, this has been... This has been a whole lot. I got just... Wow. So much to think about. Oh, gosh. I... I don't know, Captain. Do you think I should? Ja. Frag nicht mich um meinen Rat. Glaub an dich. Genau. Okay. Okay, I'm gonna do it. Right when we get back to the ship. Ship. Chimpf. I mean... Probably. Eventually. Thanks for hearing me out and giving me counsel. And, well... For being a friend. It means a whole lot. You're good people, Captain. You know something, Parvati? You ought to come drinking with the crew more often. Oh, all right. Thank you guys. You're real good friends. You know that? I wish... I wish there was a place we could all live, quiet together. Come on. Let's go. Super, abgeschlossen. Trink... Trink... Den... Saphirwein. Ah, wir haben gar kein Wein jetzt getrunken, ne? So, komm mal irgendwo bei euch plündern. Ich baue noch 3000 etwa. It only gets ugly around here, when the corporates stir up trouble. Hm, Frachter-Krupp. Wie geht das? Weißt du, wie das geht? Ja, genau. Okay. Okay. Ähm. Viele Quests haben wir nicht mehr. Das bedeutet... Wir gehen jetzt erstmal zurück zur Unreal... Unreal-Mable. Babel, Babel, Babel. Ach, Dock-Arbeiter. Ja, wir wollen uns doch hier nicht verscherzen, ne? Hast du Job? Hey there. Maybe. Most of the shipping traffic in the system passes through Groundbreaker. Every couple of months... Two biggest operations are the board. Most of those jobs are gonna take you off station, though. Alright. Alright. We're seeing you. Mein Scheiß. Okay. Okay. Zurück an die... Zur Unreal-Able. Mr. Ouch. Gut, gut, gut. Dann müssen wir noch andere Jobs erledigen. Ich mache jetzt... Ich repare jetzt erstmal Sam, würde ich sagen. Unseren Reinigungsroboter. Unsere Küchenmaus. Oh, your face is a sight for sore ocular processors, Captain. Und schreien dich hier rum. Eicklich. Schön. "...initiating initialisation sequences... Greetings, customer! This Sam unit is unable to locate your registered information. Would you like to register your Sam? Nein. You know what's great about our Sam units? They never need to be told twice. Sandunit leben, um zu schlafen, und zu schlafen, um zu leben. Okay. Was ist das? Ich habe dich nicht gesagt? Ich habe dich nicht gesagt? Ich bin schrecklich der Herrmanns-Orphan-Child. Abandoned in der Back Bay. So ein Arschloch, Alter. Du, putz ich. Sehr schön. Okay. Wir haben Vorteilspunkte. Ah, wir haben Vorteilspunkte. Wir können mehr tragen. Sehr schön. Wir haben natürlich auch noch die anderen Fertigkeitspunkte. Da können wir dann auch noch am Feuerwerfen machen, da. Am Feuerwerfen. Okay. Tarnung. Warum ist das? Ah, wegen dem Ding. Ja, wegen der Rüstung. Beteiligung. Beteiligung. Ein bisschen Tech hier noch. Führung. Dialog. Würde ich gerne mal. Ja, machen wir so. Einfach damit wir den Dialog auch noch recht hoch bekommen. Dann gucken wir auf Tagebuch. Wir haben nicht mehr viel Quests. Drei Passage. Ich brauche auch die Bits von Gladys. Oder beziehungsweise, ja. Die habe ich auch noch nicht gefunden. Kritische Lösung. Dann machen wir das jetzt. Und hier jetzt. Ne. Captain. Dings auf Skylar finden. Gucken wir mal. Wie es da aussieht, ne. Scylla. Scylla. E-Mod installieren. Aha. Aber wir nehmen die Plasma-Waffe, ne. Plasma-Karabiner. Der Fan-Kopf-Waffe-Mod-Magazin. End- und Schaden-System. Ja, ja. Komm. Wir brauchen nicht mehr so viel. Was? Kein Wort verstanden. Aber können wir euch alle mitnehmen? Aber wir können nur zwei mitnehmen. Sam, du putzisch. Kann immer nur zwei mitnehmen. Schade. Ich hätte es mich so gefreut, wenn ich fünf Leute mitnehmen könnte, weißt du? Ha. Soll ich so ein Star Wars geliebt? Da könnte es ja auch so... Star Trek. Star Trek. Das Rollenspiel, ne. Ja. Mhm. Okay. Das bedeutet, wir schweben. Negativ. Wir müssen hier das hier machen. Also, wir gehen dort hintere. Mal gucken, was wir da so finden. Das ist die erste Anlaufstelle. Quer fällt ein durch die Monster. Trogolokollos. Na, die umgehen wir am besten. Da sind ja ganz viele von denen. Oh Mann ey. Mega Trogolok. Lololo. Ah, haben wir sie gefunden? Hä? Diese Ficke, Alter. Habt ihr das gesehen? wo sind die plassen wer bist du das ist der typ den wir suchen oder ja 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 ich kenne keinen ami der sagt magnificence leute packt allen schrott ein den hier findet na wo sind eigentlich die ganzen leichen hin möter schwanz da die häufchen asche total übersehen ja was ist denn hier los jetzt das ist immer so ne scheiß fracht transportieren hier ja in dem fall war es das schon das heißt wir können eigentlich gerade wieder zurück zu unreliable und können gerade wieder zu groundbreaker zurückfliegen ich glaube das gehört halt auch ein bisschen dazu dieses hin und her gefliegen im sonnensystem ok 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 da slim and shine diet toothpaste ah das ist diese diese die die zahnpasta Ja, mit Handel wächst alles. Rizzo-Spektrum-Wodka ist halt nur blöd, dass halt im Prinzip ein Konzern alles regelt. So, Lady. Were I a gambling woman, I'd wager you're responsible for my mechanical's safe return. I can't thank you enough. Give me money. I need money. Hey, that's against regulation! What do you think you're doing? Uh... Uh... Nice doing business with you. Fuck! Fuck! Scheiße. Ich hoffe, es hat direkt danach gesperrt. Welche Quest? Ich hoffe, das ist die eine... Ich hoffe, das ist die Abgabe-Quest. Oh, Spectrum-Wodka-Glass-For-Every-Class. Oh, das müsste es, glaube ich, schon sein. Ja, das ist es. Das ist es. Oh, ich hab grad noch mal Glück gehabt. Aber wir haben doch diesen Holo-Anzug. Ich hab gedacht, da kann ich jetzt einfach reinlaufen. Ich hab dich hier... Ich hab dich ja nicht. Viere! Ich hab dich auch mal ein Gefühl. Wie ist das? Wie ist das? Wenn du gehst? Ich hab dich zu tun. Es tut mir einfach, es geht um dich. Zehntausend. Gut, jetzt gehen wir zur guten Tante und holen uns dieses Ding ab und dann können wir weiter flyen. Hallo, Gladys. Hier. You? Nein, danke. Ja, danke. Ist voll nett. Da war eine Ratte im Scheißhaus. Was gibt es da oben so schönes? Da habe ich noch gar nicht nachgeguckt, ja. Noch nicht viel. Was ist das? Hallo? Oh, kostenpflichtige Filme. Mein Freund, der große Möter. Verbrühe den! Waffen benutzen ist ja hier eigentlich nicht erlaubt, aber wir machen es trotzdem. So, was haben wir jetzt auf dem Tagebuch alles hin? Ah, Felix hat auch ein Level an. Rüstungswert. Fernkommschaden. Ja, das klingt auch nicht schlecht, ne? Tatsächlich freie ich die Gude. Tagebuch, so. Wir informieren, Dr. Wells, dass du einen Navigationsschluss hast. Ja, kann ich machen. Trink den Saphirwein. Bring Parvati zurück aufs Schiff. Ah, die möchte ich wieder mit mir im Beschreibschirm. Aufgabe Schrottsammeln im All. Sprich mit Lila Hagen. Das machen wir mal. Aufgabe Schrottsammler im All. Ne, Gude. Ja, jetzt noch nicht. Später. Ne, ja. Zuckerschnuten. BNP, I can't believe it's not forced. It's unbelievable how good. Hallo. Oh, neat. They got stuff in here, I ain't seen in ages. Wonder if they got some type of secret handshake. Ach, da steht die auf einmal. Das ist richtig gut gemacht. Besser als bei Cyberpunk, ne? Muss ich mich anmelden? Welcome to Sublight Salvage and Shipping. A legitimate business for legitimate consumers. You the one flying the unreliable? Ja, ich bin Captain Daudinator. Miss Lily has been expecting you. I'll unlock the door. Ja, mehr muss ich doch da nicht wissen, ne? Ihr habt immer Schiss, deswegen sind hier immer Wachen, ne? So you're the new Captain in town. I was hoping you'd make your way to my office. This saves me the work of hunting you down. Lillia Hagen, CEO and Executive Director of Aggressive Operations. I'm guessing you already know about Sublight, otherwise you wouldn't have come. Hmm. Charmed. It's nice to see the unreliable again. Useful ship. Hawthorne was my contractor. I'd recognize that leaky boat of his anywhere. Is Ada still at the helm? I don't know how many times I told Hawthorne to restore that smartass to factory settings. I have a salvage job for someone light on corporate ties with a reliable set of wings. But there's a catch. Just like in the cereals. If you have a nav key to Stellar Bay, the job's yours. Interested? One of my guys in Stellar Bay has a lead on some high-grade salvage. But he went dark before he could spill the goods. We arranged a drop at the Saltuna Warehouse's loading dock. Find whatever he left there and take it to Fallbrook. My gal Catherine will be expecting you. Now get going. Catherine will brief you on the details when you check in with her at Fallbrook. One last thing. When you're on the job, keep a pair of eyes in the back of your head. Understood? Jo. You'll do fine. Probably nothing to worry about. Probably. Yeah, see? We'll be fine. Ja, ja, ja. Good. Gamer. Wir könnten gerade zurück zu Relial Able gehen. Also hier. Ah, hier. Ja, perfekt. Das Schnellreisesystem ist schon nicht schlecht. Und dann machen wir gerade mal auch Feierabend und sehen uns dann in der nächsten Folge wieder, Leute. Haut rein. Ciao.